Hallo, mein Name ist Simone Kranz, ich bin Dramaturgin am Saarländischen Staatstheater. Das Saarländische Staatstheater in Saarbrücken ist die größte Kultureinrichtung des Saarlandes. Wir haben eigene Sparten in dem Bereich Tanz, Oper, Orchester und Schauspiel. Normalerweise kommen Künstler, Regisseurinnen und Regisseure, Bühnenbilder und Bühnenbildnerinnen nach Saarbrücken und entwickeln Projekte für unsere Bühne. Und diese Idee wollen wir auch für Coding Da Vinci weiterverfolgen. Deswegen besteht der erste Datensatz, den wir hochgeladen haben, aus Plänen unserer großen Bühne.